Kevin-Aleine-Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Im deutschen Mittelstand, aber auch bei großen Unternehmen ist es ja so, sie haben oder sie brauchen eine Positionierung. Jetzt gibt es ja Unternehmen, die eine eher unterschwellige Positionierung haben. Ich stelle jetzt auch mal die Behauptung in den Raum, sie haben eigentlich keine Positionierung, weil sie sich damit noch nicht beschäftigt haben. Aber sie hauen munterflockig irgendwelchen Content über den Äther, scheißegal, ob es für die Zielgruppe ist oder nicht. Ist natürlich irgendwo Quatsch, aber irgendwann gibt es diesen einen Moment, auf Englisch the moment when it clicks. Und dann macht es in den Unternehmen Klick und hey, erst die Positionierung, dann der Content und zwar dann zielgruppengerichtet. Es geht also heute darum, wie positioniere ich mich und wie erstelle ich dann daraus den entsprechenden Content und zwar so, dass er dann auch für die Zielgruppe relevant und ansprechend ist. Aber natürlich nicht alleine, denn ich habe heute natürlich wieder einen Experten im virtuellen Studio. Bei mir zu Gast ist Klaus Tarach. Klaus, grüß dich. Schön, dass du den Weg heute ins virtuelle Studio zu mir gefunden hast. Stell dich gern einmal vor. Ja, hallo Kevin, Klaus hier und ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute im Podcast dabei sein kann. Und ja, wenn ich mich kurz in einem Satz auf den Punkt vorstellen würde, würde ich sagen, ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass im Mittelstand aus Wettbewerbsdruck profitables Wachstum wird. Und ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, vor zwei, drei Monaten das erste Mal Kontakt gehabt und dann hast du gesagt, Mensch, was machst du? Und ja, meine Aufgabe im Leben war eigentlich immer das Erreichen marktführender Positionen. Und wenn ich mich heute so an meinen ersten Job nach dem Studium erinnere, dann hieß es ja Tag, können Sie sich vorstellen, wir wollen mit dem Unternehmen eine führende Position im Markt erreichen. Und ich habe damals natürlich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, damals war ich noch grün hinter den Ohren bei 30 Jahre her. Und so zieht sich das wie so ein roter Faden durch die unterschiedlichen Positionen in meinem Leben bis hinterher zum Vorstand durch, dass es immer hieß, wir wollen eine marktführende Position erreichen. Wir wollen uns gegenüber dem Wettbewerb abgrenzen. Wir wollen uns neu positionieren, können sich vorstellen, uns dabei zu helfen. Und heute kann ich sagen, ja, ich mache es jetzt im 30. Jahr. Es macht mir immer noch Spaß. Und ich glaube, in den letzten zwölf Monaten kam dann irgendwann die Content-Komponente dazu. Und wie heißt es so schön? In dem Moment, wenn Content Positionierung küsst, da stammt von einer Freundin von mir dieser Spruch, da hast du es eigentlich geschafft, wenn es Klick macht im Kopf deiner Zielgruppe und sich dein Content in das Gespräch einklickt, was gerade im Kopf deiner Zielgruppe stattfindet. Ich glaube, so kann man es ganz gut definieren. Jetzt hast du gerade gesagt, du machst das seit 30 Jahren. Da war ich drei. Wow. Ich musste jetzt gerade mal rechnen. Also dann seit 92, ne? Ja, ganz genau. 92, 93. Richtig. Und es ging eigentlich schon im Studium los und weil mich das begeistert hat. Und ja, seit 2016 bin ich selbstständig. Ich bin irgendwann als Vorstand ausgestiegen und habe gesagt, so, jetzt gebe ich mein gesamtes Wissen, was ich im Laufe dieser Jahrzehnte angeeignet habe, an den Mittelstand zurück. Und ich weiß es noch wie heute. Ich bin eigentlich erst zuerst in den Auszeiten nach Island gegangen und einer meiner besten Freunde hat dort einen Reisekonzern, der zu dem Zeitpunkt in einer schwierigen Situation war. Und dann sitzt sie mir abends beim Glas Wein zusammen und sagt, könntest du mal über meine Positionierung und könntest du mal über meine Zahlen gucken? Dann musste ich so lachen. Dann sagt er, warum lachst du denn? Ich sage, ja, weil ich das mein Leben lang gemacht habe. Und dann bin ich sechs Monate geblieben und heute ist es der führende Reiseveranstalter für Luxusreisen im hauptsächlich amerikanischen Markt. Das sind dann Menschen, die aus den USA nach Island kommen und für fünf Tage ein richtig fantastisches Erlebnis haben wollen mit Hubschrauber und Lodges und solche Sachen. Und da habe ich damals gesagt, so, das war jetzt mein erstes Selbstständigkeitsprojekt und bei der Sache bleibe ich und macht das einen riesen Spaß. Zum Teil sind das auch Selbstständige, das können auch Berater sein oder sind auch schon mal Coaches, aber hauptsächlich sind es natürlich Mittelständler, die ihre Position im Markt verbessern wollen. So, und jetzt gehen wir doch mal da wirklich in die Praxis an der Stelle. Du hast ja schon eingangs gesagt, du solltest dich bei manchen Unternehmen vorstellen und dann stand da der Mann und sagt, schönen guten Tag, Herr Tarach, könnten Sie sich vorstellen, unsere Positionierung einmal umzumodeln und das Ganze einmal neu aufzusetzen? Mhm. Wie geht man denn da überhaupt ran? Also du musst dir erstmal, so stelle ich mir das jetzt vor, ein Status Quo erstmal irgendwie aufschreiben. Wie ermittelst du aber dann diesen Status Quo? Das ist ganz spannend. Eine Frage, dazu habe ich glaube ich sogar gestern einen Beitrag gemacht auf LinkedIn. Das steht und fällt zunächst natürlich mit der Analyse des Unternehmens. Suchen wir uns die wichtigsten KPIs erstmal raus, also wie viel Umsatz macht das Unternehmen. Wichtige Kennzahl ist dann das EBIT, also das Ergebnis vor Steuern und Zinsen und da hast du eine Kennzahl, wo du sagen kannst, okay, so viel Geld verdient das mittelständische Unternehmen und so viel Umsatz machen die. Und dann gucken wir uns die, je nachdem, drei, fünf, sieben wichtigsten Wettbewerber an. Es gibt Branchen, da haben Firmen 20, 30 Wettbewerber, weil alle relativ nah beieinander liegen. Gastronomische Branche zum Beispiel ist das, gerade so Betriebsrestaurants, da liegen die schon näher in der Reisebranche, in der Verpackungsbranche, liegen die alle relativ nah beieinander, Medizintechnik auch. Und dann sagen wir uns, okay, jetzt schauen wir uns im ersten Schritt doch mal an, wer macht eigentlich was. Bevor wir mit irgendeinem Kunden sprechen, gucken wir einfach mal aus der Vogelperspektive, was machen die Top 10, was machen die Top 15 Wettbewerber, welche Zahlen haben die, welche Marketingbotschaften haben, wie positionieren die sich denn selbst. Denn, was passiert ganz oft? Ja, jeder macht sich's leicht. Sitzt dann die Marketingabteilung und sagt, ja, wir haben uns neu positioniert und am Ende haben wir ein bisschen Copy gepastet und mal da was abgeschrieben und da was abgeschrieben. Oh, das klingt gut und das klingt gut. Ja, und das ist so ein bisschen, was ja auch viele Selbstständige machen. Dann wird der Profil-Slogan so ein bisschen, ich sag mal vielleicht dahergemogelt, klingt jetzt hart, aber der wird so ein bisschen hier abgeschrieben und da abgeschrieben. Am Ende des Tages hat das mit der Zielgruppe oder dem Kunden nicht mehr viel zu tun. Und das ist das Gefährliche oder, sage ich mal, auch gleichzeitig die Chance, wenn du dich wirklich positionieren willst, gibt es am Ende nur einen, der dir sagt, ob du das gut gemacht hast und das ist dein Kunde oder deine potenzielle Zielgruppe. Und dazu musst du mit denen ins Gespräch. Und da kommt so ein bisschen der Begriff auch validierte Positionierung her. Das heißt, du musst, und das ist in jedem Fall, sage ich auch, du musst. Wenn du glaubst, du hast einen Prozess der Positionierung, das Erarbeiten der Botschaft, das auf den Punkt der Benefits heruntergedröselte Dienstleistungsversprechen fertig, dann heißt es, okay, Hälfte des Weges sind wir gegangen, jetzt müssen wir zum Kunden und das Ganze validieren. Wenn du jetzt selbstständig bist und du bist ein Podcaster oder du machst Content-Marketing oder du bist eine Werbeagentur und hast 30 Kunden, ja, dann hänge ich ans Telefon und sage, ich habe mir Folgendes überlegt, wir haben uns das Ganze ausgearbeitet, ich brauche hier mal dein authentisches und ehrliches Feedback, welche dieser Botschaften, welche dieser Positioning-Statements bei dir im Kopf jetzt gerade Klick machen. Und dann quasi mit dem, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber dann ist es doch so, welche machen bei dir Klick und mit welcher Positionierung, mit welchem Statement verknüpfst du uns? Ganz genau. Ja. Also das heißt, der Kunde hat zum Beispiel jetzt, der hat Webseiten bauen lassen bei einer Agentur oder die haben SEO optimiert für die Agentur und dann kommt die Agentur und sagt plötzlich, ja, wir bauen Webseiten. Oder wo der Kunde sagt, ja, das resoniert überhaupt nicht, das ist doch gar keine Relevanz und die haben sich das dann schön überlegt. Und dann sagen die plötzlich, okay, wir bauen eine Webseite, die dafür sorgt, dass du Google im oberen Drittel sofort auf der ersten Seite erscheinst. Das ist schon viel, viel klarer. Vorausgesetzt, und das so ein bisschen ist die Kunst, der Kunde hat ja eine Geschichte im Kopf, der Kunde hat eine Frage im Kopf, der sagt sich, okay, wie komme ich von A nach B? Wie kriege ich das jetzt hin? Wieso klappt das nicht? Ich habe schon so viel versucht. Und deine Positionierung ist im Prinzip die Brücke, über die er dann geht, oder dein Statement ist dann über die Brücke, über die er geht, sagt, okay, mit dem kann ich mir das vorstellen. Und das ist der entscheidende Knackpunkt. Und wenn wir uns die ursprüngliche Idee der Positionierung mal anschauen, das heißt, wir beziehen Position für irgendetwas, dann ist es absolut gefährlich, gerade im wettbewerbsintensiven Umfeld da aufzuhören, sondern du musst den Kunden mit ins Boot holen und du musst deine Botschaft validieren, du musst deine Kommunikation validieren. Das ist der größte Aufwand. Ich sage mal, das ist so nicht 70-30 oder 80-20, aber so 60-40. Das heißt, viele machen dann Online-Positionierung, viele Unternehmen holen sich eine Positionierungsberatung ins Haus, die machen das fertig und sagen, wow, super Statement, geiles Statement. Und der Kunde sagt, hätte uns mal einer gefragt, wir hätten da auch zwei, drei Ideen gehabt. Und so habe ich diesen Begriff der validierten Positionierung eigentlich ins Leben gerufen, wo wir dann sagen können, okay, wenn uns die Kunden sagen, wenn aus einer bestimmten Masse von befragten Kunden, sagen wir mal, von 50 Kunden, 40 sagen, wow, Kevin, dieses Statement, dahinter stehen wir, was ihr geschrieben habt, was in deinem Banner steht, was in deinem Profil-Slogan steht, jetzt innerhalb Einzelpersonen mal gesprochen, was in deinem Profil-Text steht, ist super. Die Message der Firma auf der Homepage, wie der Vertrieb kommuniziert, wie das Backoffice E-Mails schreibt, wie das Backoffice E-Mails beantwortet, wie das Backoffice selber kommuniziert. Wenn das konkurrent schlüssig ist, dann hast du es gepackt und dann macht es im Kopf der Zielgruppe Klick. Und das ist tatsächlich, das ist echt Arbeit. Das ist auch manchmal herausfordernd. Geht auch nicht in einem Tag. Ist oft ein Prozess, der dauert zwei, vier, sechs, acht Wochen, bis das funktioniert. Das ist so ein bisschen auch wie bei der Produktentwicklung. Da gibt es Unternehmen, die entwickeln Produkte. Und dann gibt es Unternehmen, die dann auch noch sagen, hey, wir erweitern das und wir klatschen da noch eine Funktion dran und machen da noch einen Knopf und hier. Und das Ganze kostet dann, keine Ahnung, 150 Euro mehr. Und dann schmeißen sie es auf den Markt und wundern sich, warum kauft es eigentlich keiner? Und wenn dann mal irgendeiner auf den Trichter kommt und ein Kunde fragt und der Kunde sagt dann, ja, ich hätte das ganze Graffel halt einfach nicht gebraucht. Hättest mich ja mal vorher fragen können. Genau. Und dann kommt so die Erkenntnis bei vielen und sagen, scheiße, wenn ich also mit dem Kunden zusammen das Produkt entwickelt hätte, dann hätte ich genau das Produkt, was die Zielgruppe will. Also hätte ich auch einen größeren Absatz und damit auch einen größeren Erfolg. Wenn wir das jetzt mal auf die Positionierung dann widerspiegeln, dann ist das ja genau das Gleiche in grün. Also wenn ich das mit meinem Kunden, mit meiner Zielgruppe dann ausklamüsere, habe ich doch eine viel größere Chance, dann auch mich dahingehend zu positionieren, so wie es die Zielgruppe gerne hätte und habe da dann auch die Chance, mehr Kunden zu kriegen. Absolut richtig. Und wir haben noch den Faktor, dass die Zielgruppe sich natürlich auch mitgenommen Gebauchpinsel fühlt. Richtig. Okay, du hast 30, 40 Kunden und sagen, Mensch, was macht ihr gerade? Ja, wir haben dich heute angerufen, weil wir wollen das mit unseren wichtigsten Kunden wirklich machen. Du gehörst dazu. Ist schon mal unbewusste Wertschätzung. Und sagen, wir brauchen heute dein Statement und wir brauchen wirklich deine authentische Aussage. Ist das, was wir dir jetzt gleich sagen, resoniert das, sorgt das für Relevanz und macht das in deinem Kopf Klick. Und dann kann man ihm drei, vier, fünf Botschaften präsentieren. In der Regel macht das nicht mehr Sinn als drei, vier, fünf. Dann dauert es auch nur zwei, drei Minuten. Bedankt sich hinterher noch und der Kunde fühlt sich abgehöhlt. Der große Vorteil, der zweite ist, wenn du das mit einer groß genügend Anzahl von Menschen machst und die sind deine bestehenden Kunden, kommt hinterher keiner um die Ecke und sagt, nee, warte mal, das passt ja gar nicht. Weil sie haben vorher gesagt, Klaus, finde ich total super. Kevin, diese Botschaft finde ich total super. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das machen, setz das Kreuz da. Und dann wertest du das hinterher aus. Das muss dann signifikant unterschiedlich sein. Und dann gehst du mit dieser Botschaft ins Rennen. Und dann ist wichtig, Geschäftsführung, Marketing, Vertrieb, das muss komplett runtergedröselt werden. Und alle müssen diese Sprache sprechen. Alle müssen sich damit identifizieren können und müssen das leben. Also Schäffer hat gesagt, wir sind jetzt positioniert. Alle, Mann, Attacke durch, da funktioniert nicht. Und dann wird ein Schuh draus. Also vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Ich habe das mit einer viermal, glaube ich, in 2020 in dem konkreten Projekt gemacht. Und wir haben dann mit dem Vertrieb, mit dem Telefon-Sales hinterher gesessen und haben das geübt. Sie waren in den Workshops mit dabei, im Positionierungsworkshop. Und eine spezifische Frau, die habe ich trainiert, die hat dann am Telefon komplett die Sachen mit den Kunden durchvalidiert. Der Geschäftsführer hat es mitgemacht. Ich habe selbst mit telefoniert. Und so habe ich dann durch Vormachen, Nachmachen, Üben haben wir das gut hingereichtigt. Hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich habe selten so begeisterte, so lachen, so aufgeweckt und so nette und dankbare Kunden am Telefon, im Zoom gehabt, wie zu den Zeiten. War unfassbar. Und das ist halt das, was Spaß macht. Ja, na klar. Also es ist aber auch wirklich, wie du gesagt hast, dann die Wertschätzung. Du rufst an und sagst, hey, lieber Kunde, mein Name ist Klaus Tarach. Ich komme heute mal mit einer anderen Nachricht auf dich zu. Wir haben da sowas vorbereitet. Ich hätte gerne mal deine Meinung dazu gewusst. Genau. Da sagt auch keiner, nö, ich habe keinen Bock drauf, sondern cool, danke, ich bin also wichtig. Ja. Und das ist doch eine ganz andere Basis dann auch für die weitere Kundenbeziehung. Ja, und das ist absolut. Das waren zum Teil waren es Geschäftsführer in dem Projekt, das waren Personalleiter, es waren Betriebsräte und die haben sich alle gebauchpinselt gefühlt und auf Augenhöhe wertgeschätzt. Geschäftsführer hat oft gesagt, wow, auf Augenhöhe befand ich echt super dankbar. Vorteil ist, daraus ergeben sich weitere Gespräche und ich habe allen gesagt, nimm den Stift, nimm den Zettel und schreib genau mit und hör in dem Gespräch ganz genau zu. Weil das, was die dort sagen, sind Wünsche, sind Sorgen, sind Ängste, sind Herausforderungen, die sie haben und die schreibst du gleich mit auf. Ja, und die sind auch schon gleich die Basis für den nächsten Content, weil dann hast du im Originaltext sowieso auf dem Zettel stehen, was dem Kunden gerade durch den Kopf geht und brauchst dir nichts ausdenken. Richtig. Und jetzt mal so die andere Frage. Meine Perspektive ist eigentlich die, das machen so wenige. Ja. Und jetzt die Frage, warum? Ich glaube, es hat zwei Gründe. Erstens, ich habe es ja selber auf die harte Tour, sage ich, gelernt und das im Laufe der, jetzt kann man schon sagen, die Jahrzehnte immer weiter verfeinert und es ist mindestens doppelt so aufwendig, wie wenn du normalen Positionierungsberater googelst, Workshops machst und das durchdeklinierst. Und ich sage mal, als ich damals bei Sartorius war, da gab es einen Vorstand, der gesagt hat, macht das so und dann seid ihr sicher, dass ihr nicht dasselbe Rennen schneller rennt, sondern ihr rennt ein anderes Rennen. Und da habe ich drüber nachgedacht und gesagt, das stimmt eigentlich. Das heißt, lieber die extra Meile gehen. Ja, und warum macht das keiner? Ja, das ist halt aufwendig. Hol ich mir lieber einen Copywriter, der baut schon was für mich, der hat dann so vier, fünf Vorlagen, ob das jetzt ein Mittelständler ist oder ein selbstständiger Coach, Interimsmanager, spielt keine Rolle. Und dann bastelt der was? Das klingt in der Regel auch ziemlich gut, weil er kann das ja um drei Lichtstufen, Lockstufen besser als du. Resoniert das im Kopf der Zielgruppe? Gute Frage. Und die Recherche ist das A und O. Und zur Recherche gehört natürlich auch, mit dem Kunden zu sprechen. Ich habe da noch eine kleine interessante Kiste dafür. Die meisten, mit denen ich arbeite, bevor wir eine Botschaft überhaupt bauen, heißt, ran ans Telefon und alle bestehenden Kunden, die du hast. Nimm die letzten zehn, chronologische Reihenfolge, und frag sie nochmal, was war das größte Problem, was du lösen wolltest? Was war die Herausforderung, vor der du standest? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Was hättest du damals gegoogelt? Was hast du gegoogelt, um das Problem zu lösen? Was hast du versucht? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Welche Fragen hast du dich dabei gestellt? Und mit diesem Feedback kannst du dann deine Expertise matchen mit dem, was da zurückkommt, als größtes Problem, als größtes Desire. Und da hast du noch nichts geschrieben. Du bist einfach nur unmatched. Und das ist aufwendiger. Ich glaube, dass es in den Zeiten von Chat-GPT, KI-Tools, die Menschen versuchen, sich so einfach wie möglich zu machen. Es soll alles nur noch schnell gehen. Manchmal gehe ich durch den LinkedIn-Feed. Steal my Content hier. Steal my Technik hier. Steal my Framework hier. Das ist alles gut und fein. Nur, dann sind wir wieder bei dem Thema Austauschbarkeit. Wenn du es so machst wie alle anderen, da erzielst du die Ergebnisse wie alle anderen. Und dieser Spruch, run a different race, glaube ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Ja, also du bist ja da mittlerweile, wenn wirklich alle Chat-GPT, Neuroflash, Midjourney, Adobe Firefly und so weiter, wenn die das alle benutzen, ja, du bist austauschbar. Du bist also, und jetzt für die, die es vielleicht nicht kennen, im sogenannten Red Ocean, also im wirklichen Haifischbecken, deswegen auch Rot, weil die zerfleischen sich alle. Du musst aber diesen Weg schwimmen, um in den Blue Ocean zu gehen. Also, da bist du in ruhigere Fahrgewässer, du bist positioniert, du hast eine Nische, auch eine Positionierungsnische, wo dann auch deine Zielgruppe drauf anspricht. Und jetzt kommt das, was du gesagt hast eben gerade, Klaus. Wenn du diese zehn Kunden, nimmst und denen die Frage stellst, was waren deine Pain-Points? Was hast du gegoogelt? Was hast du danach gemacht? Was war denn die Frage, die du dir gestellt hast? Und jetzt macht es hoffentlich bei meinen Hörerinnen und Hörern auch mal so ein bisschen Klick im Kopf. Das kann man nehmen und kann daraus Blogartikel machen, Podcasts machen, Tutorials machen, Mikro-Content machen, TikTok-Videos machen und genau diese Fragen da beantworten. Und bei dem, was habe ich gegoogelt? Da kann man natürlich auch auf die SEO-Relevanz eingehen. Welche Keywords wurden eingegeben? Welche Keywords für welche muss ich denn ranken, damit ich überhaupt gefunden werde? Also deswegen, wie du schon gesagt hast, Klaus, Stift nehmen, aufschreiben, weitergeben ans Marketing, ans Sales, an whatever wen. Das muss ja dann auch wirklich sich irgendwo in den Content reinspielen, damit dann auch das rauskommt, was du bekommen hast, weil nur so funktioniert es ja. Absolut. Und du hast gerade was Wichtiges gesagt, das ist, nach was googelt denn mein Kunde, mein Bestehender oder was hat er gegoogelt? Das ist auch jetzt hier so eine Message für viele Selbstständige. Du brauchst die Keywords, die deine Zielgruppe beschreiben, die die Handlungen, die die Sorgenängste beschreiben. Also zum Beispiel Landingpage erstellen, das wäre jetzt so eine klassische Sache, dem Short-Term Keyword, was die vielleicht eingeben. Und das ist natürlich auch eine Sache, die du in deinem Profil-Slogan, in LinkedIn hinterlegen kannst. Also ein, zwei Basis-Keywords sollten reinkommen, weil es zielgruppenrelevant ist, weil es Google Search relevant ist, weil Google und LinkedIn vernetzt sind. Und dann kann man auch nette Sprüche reinschreiben, das ist alles gut. Aber so ein, zwei Keywords sollten drin sein. Ich habe das vor kurzem noch mit einer Frau gemacht, die macht ganz strategisches E-Mail-Marketing, die hilft Menschen dabei, das aufzusetzen. Und da sind ganz genau die Keywords der Technologien auch drin, die da drin sind, weil wir im Rahmen der Positionierung herausgefunden haben, dass die Menschen danach suchen. Hat sie also angerufen und gesagt, okay, nach was googelt ihr denn? Und dann kommen halt bestimmte Keywords hoch. Und das ist ganz wichtig. Und eins ist auch noch wichtig, was du gerade gesagt hast, jetzt hat schon jemand ein Problem. Weißt du, was ich, der braucht hier ein neues Podcast-Mikrofon, dieses schöne Mikrofon, was du da hast. Und dann stellt er sich Fragen. Mensch, jetzt habe ich schon die ganzen Tipps und Tricks da draußen in YouTube und Google mir halt durchgelesen. Und dann stellt er sich zu diesen Tipps und Tricks. Wie gleise ich das jetzt auf? Wie geht denn das jetzt? Verdammte Axt, das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Das ist diese zweite Ebene und das ist diese Jetzt-macht-s-Klick-Ebene. Das heißt, der kriegt von Klaus und Kevin konkret gesagt, pass auf, du nimmst jetzt den Podcast, du holst dir den Hoster und installierst das Ganze. Und dann fängt er an und auf diesem Weg geht das in die Hose. Das funktioniert nicht, das funktioniert der Sound ist nichts, die Stimme ist zu tief, keine Ahnung was. Und in dem Moment fängt er an, in der zweiten Ebene zu sagen, warte mal, jetzt habe ich den Tipps, versuche ich das nachzuvollziehen. Irgendwie passt hier was nicht. Und dann geht er zu LinkedIn, dann geht er bei Kevin drauf und dann schreibt Kevin übrigens, wenn du dich gerade damit beschäftigst und deine Tonspur funktioniert nicht und das würdest du gerne machen und findet genau dieses Content-Piece, was ihm diese unbewusste Frage beantwortet. Dann macht's Klick. Also zu sagen, hier, mach mal einen Podcast, das ist gut für deine Reichweite, ist eine ganz andere Content-Struktur als zu sagen, du beschäftigst dich gerade mit dem Einrichten deines Podcasts. Ich denke mir jetzt gerade, was ist, Kevin, du bist der Experte. Und in der Tonspur A, in der Tonspur B, irgendetwas passt nicht, funktioniert nicht, dein Mikrofon heilt zu sehr, Nebengeräusche sind zu hoch. Da kriegst du sie dann und das kriegst du auch nur aus den Gesprächen heraus. Ja eben, das kriegst du nur da raus. Also wir haben das mal so gemacht, bin ja nicht nur Podcast, sondern ich arbeite auch bei einem, ja, Made-in-Germany-Martech-Engineering-Marketing-Automation-Tool-Hersteller. Ja, hab ich mir gerade ausgedacht. Klingt aber sehr gut. Wenn's mein Chef hört, ich nehme auch ein T-Shirt. Und da haben wir eine Nurturing-Strecke aufgebaut. Und die haben wir aber so gemacht, dass, wie sie erstmal zeichnen, ist wie eine Bauzeichnung mittels Business Process Modeling and Notation, also BPMN, das ein bisschen abgewandelt und haben es erstmal gebaut. Und da haben wir die Phasen auch definiert. Und das, was du gerade gesagt hast, diese zwei Ebenen, kann ich so ein bisschen adaptieren. Das eine ist die Informieren-Phase, also ich informiere mich erstmal über das Grundlegende und dann gehe ich in die sogenannte Befähigen-Phase. Jetzt bin ich schon etwas weiter und jetzt tauche ich tiefer in die Materie ab. Und jetzt habe ich das und das Problem und dafür brauche ich die und die Lösung. Also google ich auch etwas anders, ich nehme andere Keyworder, ich nehme spezifischere Keyworder, ich gehe auf Longtail-Keywords und versuche halt da dann die passende Antwort, auf die Frage zu finden, aber dann halt schon in einer anderen Phase des Nurturing-Prozesses. Und das ist dann halt das Spannende. Und wenn dann quasi ich oder wer auch immer da dann rauspurzelt, weil ich halt mich entsprechend positioniert habe, dann ist das natürlich, wie du gesagt hast, es macht Klick, es matcht im Kopf und dann wird man auch entsprechend angeschrieben. Sei es auf LinkedIn, sei es per Mail, sei es per WhatsApp, whatever. Aber man wird dann angeschrieben. Und genau das ist der Unterschied zwischen, sag ich mal, du hörst die Grillenzirpen im Postfach und zwischen wieder drei, vier neue Anfragen. Piep, 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 piep macht es. Und das ist der Punkt. Und diese Arbeit sich zu machen, ja, das ist aufwendig. Ja, kannst ja nicht einfach die Golfschläger nehmen, gehst einfach mal spielen, sondern musst dich wirklich damit auseinandersetzen. Was will ich hier eigentlich erreichen? Und auf dem Weg sagt der Golftrainer dann, warte mal, bei diesem Dreiberabschlag so, was ist denn jetzt das Problem? Ist ja, ich kriege das irgendwie nicht hin, ich kriege den Griff nicht stabilisiert, ich hole nicht genug aus, weiß der Henker, es gibt so viele Sachen, wenn er selbst leidenschaftlicher Golf-Amateur, mir macht das so einen Spaß, da ziehe ich das Beispiel immer. Und dann merkst du plötzlich, okay, alles klar, meine Kunden haben in der ersten Ebene das Problem, wir haben in der zweiten Ebene das Problem und dann muss der Content dazu passen. Was ich auf LinkedIn ganz viel sehe, ist die erste Ebene oder noch nicht mal die erste Ebene. Da sagt dann halt jemand, ja, wenn du auf LinkedIn erfolgreich sein willst, musst du dich positionieren. Klicke jetzt hier und erfahre mehr. Da muss ich immer schmunzeln und sage, okay, wie wärst du mal, wenn du sagst, wenn du dich positionieren willst, frag doch erst mal, was deine Leidenschaft wirklich ist und was deine letzten zehn Kunden zu dir gesagt haben, warum sie mit dir überhaupt gearbeitet haben. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, ist zehnmal so viel Aufwand, musst ja zehn Kunden anrufen, bringt aber zehnmal so viel, eine ganze Lokstufe, bessere Ergebnisse. Ja, und wenn ich das Ganze jetzt mal auf Golf übertrage, du hast ja gerade auch Golfen ins Spiel gebracht. Ich würde gerne mal golfen. Ich habe noch nie gegolft, außer Minigolf. Aber ich habe mich natürlich schon mal so ein bisschen informiert. Ich weiß, was ein Putter ist, aber was ich nicht weiß, ist, was, keine Ahnung, Siebenereisen, Achter Eisen, keine Ahnung, wie weit du damit schlagen kannst, was du machen musst. Bevor ich das in die Hand nehme, informiere ich mich ja erst mal, bevor ich mich echt lächerlich mache. Und das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast am Ende. Man macht sich ja damit, wenn man das wirklich so generisch schreibt, am Ende macht man sich ja auch so ein Stück weit unbewusst, man selber glaubt es ja dann nicht, so ein bisschen lächerlich. Ja, ist so eine, glaube ich, ganz gute Beschreibung vieler LinkedIn-Feeds von vielen Menschen, die dann eben diesen generischen, in der ersten Ebene generierten Chat-GPT, Neuroflash, You Name It Content sehen. Und dann frage ich mich manchmal, was bewegt die Menschen eigentlich, diesen zweiten Schritt nicht zu gehen? Ist es Faulheit? Ist es Bequemlichkeit? Ist es die schnelle Anerkennung? Ist es die Reichweite? Das darf jeder gerne für sich entscheiden. Ich kann das so nicht. Und ich stecke zum Beispiel in meinen Slideshows jede Menge Zeit für die erste und zweite Ebene. Und weiß nicht, ich brauche für eine Slideshow vielleicht zwei, zweieinhalb, drei Stunden. Ich mache jetzt auch nicht mehr so viele. Aber ich will ja sicherstellen, dass da dicke Bohnensuppe drin ist. Ich kann nicht so ein dünnes Süppchen kochen. Und dann sagen die alle, ja, kriegst du dann noch aus Mitleid ein Like dafür. Sondern ich möchte ja, dass das konvertiert, Anfragen generiert, echt einen Mehrwert im Kopf meiner Zielgruppe seedet und dass das dann Klick macht. Und da muss man halt die eine extra Meile gehen. Ich finde das auch immer so lustig, wenn Leute sich positionieren, auf LinkedIn mittlerweile, als ich bin Prompt-Ingenieur und mit meinen 25 Prompts, die ich hier rausgefunden habe, kriegst du wunderbare Texte raus. Liebe Hörerinnen und Hörer, es heißt Chat-GPT. Also ich chatte mit dem Ding. Also gehe ich auch immer weiter tiefer und erhalte dann von diesem Tool immer spezifischere und zielgerichtete Antworten. Und nicht, ich schreibe da mal eine Prompt und hoffe, dass da was bei rumkommt. Nee, ich muss mit dem Ding schon chatten. Es heißt halt Chat-GPT. Deswegen muss ich immer so schmunzeln, wenn die sich positionieren als, ey, ich bin Prompt-Ingenieur, ich mache dir die geilsten Prompts ever. Mit einer Prompt bekommst du hier wunderbare Texte raus. Nee, es ist Quatsch. Ja, es ist leider so. Ich sage mal, in Silicon Valley die großen Prompt-Ingenieurs, die so drei, vierhunderttausend Dollar im Jahr kriegen, tauchen in die dritte, vierte, fünfte, in die Code-Ebene ein. Dafür kriegen sie das Geld. Ja, und ist, also ich arbeite im Hintergrund viel auch im Rahmen der Recherche im GPT-IV, im Promodus mit Recherche für Kunden, um einfach herauszufinden, okay, wie könnte der Mensch denn sonst noch denken im Live-Modus? Welche Studien gibt es dazu, die das Ganze beweisen? Einfach die Hypothese versuchen, ein Stück weit zu verifizieren oder zu falsifizieren. Das eine ist der Kunde. Und wenn du, sage ich mal, wenn du 10, 15, 20 Kunden Aussagen hast, das ist ganz spannend, auch eine coole Sache von ChatGPT, wenn du den Original-Text-Hub hast, klimperst in den Google-Doc oder in den Word-Dokument runter, schmeißt sie rein zu ChatGPT und sagst ihm halt, okay, agiere als Neurowissenschaftler, als Psychologe, als Verkaufs- und Marketingpsychologe und analysiere mir mal das unbewusste Kaufmotiv, was hinter diesen Aussagen steckt. Da kann Sicherheit sein, Sicherheit sein, Angst, Dazugehörigkeit, Fülle, Erfolg. Bei so roten Menschen kann das sein. Und wenn du dieses Kaufmotiv hast, und das kriegt er im Live-Modus ziemlich gut hin, weil das dafür ist eher programmiert und das macht dann Spaß, aber dann musst du wirklich mal eine Stunde oder zwei sitzen. Die Arbeit macht sich wieder keiner. Nur dann kommen Kaufmotive raus. Dann weißt du, okay, da steckt Sicherheit dahinter. Und dann machst du einfach Fonds, bist im Gespräch und sagst du, liebe Martina, ich denke mir jetzt den Namen aus, herzlichen Dank, was du mir alles gerade gesagt hast. Ich höre da relativ viel Sicherheitsgefühl raus. Also es ist dir wichtig, dass du die Sicherheit hast, dass wenn wir das heute machen, dass wir dazu auch Ergebnisse produzieren, die sieht mit deinen Erwartungen. Ja, Mensch Klaus, da hast du völlig recht. Sicherheit ist mir echt wichtig. Das heißt, du kannst natürlich, je mehr du Feedback bekommst, desto mehr kannst du analysieren. Hole ich mir kein Feedback, muss ich mir was ausdenken? Das ist wie Rubelose machen. Und Rubelose ist kein gängiges Sustainable Business Model. Gehen wir mal zurück auf die Positionierung, auf den Status Quo, was wir anfangs gesagt haben. Wenn du das Ganze analysiert hast, wenn du das mit dem Kunden angegangen bist und du hast dann gesagt, so sieht es jetzt aus, wie versuchst du das dann quasi mit dem Kunden zusammen zu drehen? Also wie kreierst du dann diese Botschaft, die du dann mit dem Kunden verifizierst? Ja, also grundsätzlich ist das so, es gibt ja eine ganze Reihe von Vorgehensweisen, wie man Botschaften aufbauen kann. Du adressierst den Wunsch des Kunden, du adressierst den Pain Point des Kunden, du adressierst das ultimative Ergebnis des Kunden. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie die Zielgruppe tickt. Wenn die Zielgruppe selbst viel über Probleme, über Herausforderung spricht, würde es Sinn machen, das Herausforderung oder das Ziel oder das Problem zu benennen. Wenn die Zielgruppe mehr in einem Desire, also in einem Wunsch spricht, muss deine Kommunikation auch darauf abgestellt sein. Und diese alte, ich meine die da von der Firma Strategizer, diese Grundlage, ich helfe dir dabei, deinen Job zu machen, indem wir das wegnehmen, was dich davon abhält und indem wir dir dabei helfen, das zu erfüllen, was dir Freude und Spaß bereitet, wurde so auf LinkedIn in den letzten 24 Monaten beraucht. Jeder schrieb ja, ich helfe dir dabei. Aber im Prinzip geht es darum, dem Kunden die Transformation zu ermöglichen, von A nach B zu kommen und das ultimative Ergebnis zu erfüllen. Nimm mal ein Beispiel. In der Betriebsgastronomie ist eine der entscheidenden KPIs, ist die Frequenz in der Kantine. Wie viel Prozent der Mitarbeiter oder wie hoch ist die Frequenz? 40, 45, 50 Prozent. Das ist ein Pain Point, weil je weniger Mitarbeiter in so ein Betriebsrestaurant gehen, desto teurer wird das für das Unternehmen, weil die Oberheads bezahlt werden müssen. Das heißt, das ultimative Ziel ist, wir steigern deine Frequenz in der Kantine. Kriegt der Kunde plötzlich, der Betriebsrat, der Einkauf, der Geschäftsführer solche Ohren, weil sie hören, warte mal, warte mal, woher weiß der denn das? Woher kennt er die Kennzahlen? Ja, dann könntest du ja sagen, unser A, B und C hilft dir dabei, deine Frequenz von 40 auf 52 Prozent zu heben, weil deine Mitarbeiter gerne in deine Kantine kommen und sich über die lokale Küche freuen. Bums. Klares Statement, lokale Küche drin, das Wunsch des Kunden berücksichtigt und die Frequenz rauf. Da muss man eine gewisse Flexibilität haben. Andere Botschaften sind eine emotionale Story. Ja, was mit A, B und C begann, muss so nicht enden. Ja, also zum Beispiel viele Inhaber mittelständischer Unternehmen haben eine Idee gehabt. Ich baue jetzt dieses Unternehmen auf. Ich mache jetzt, ich komme aus der Intralogistik. Ich will jetzt mein eigenes Unternehmen machen. Ich bin Maschinenbauer, Maschinenbauermeister und bauen Unternehmen auf und stellen plötzlich fest, dass sie im Tagesgeschäft abgesoffen sind. Das ist ja so ein kleines zweites Hobby von mir, Inhaber aus dem Tagesgeschäft raus zu operieren. Das heißt, vor dem Büro steht eine Riesenschlange, weil die Strukturen und Prozesse nicht funktionieren. Das heißt, der ist abgesoffen im Tagesgeschäft, hat einen Zwölfstunden Tag und geht Samstag ins Büro, weil er sagt, ich will jetzt meine Ruhe haben. Den kannst du natürlich mit einer anderen Botschaft kriegen. Du zum Beispiel sagst, was mit Leidenschaft begonnen hat, muss nicht im Stress enden. Inhaber Entlastung von Machern für Macher. Das ist einfach nur ein Brain Teaser, um die entweder in den Pain zu bekommen oder dorthin zu bekommen, wo sie hinwollen. Und ich glaube, wenn ich sagen würde, ich arbeite mit einer Schablone, wäre es glatt gelogen. Ich glaube, ich habe 20, 30, 40 Ideen im Kopf und dann fange ich an, mit dem Kunden zu sprechen und dann merke ich automatisch, okay, ja, pass auf, seine Zielgruppe ist mehr in Richtung Ziel, mehr in Richtung Pain Point, mehr in Richtung Desire unterwegs und dann muss man das anpassen. Und das ist das, was die Sache so spannend macht. Ja, und dann passt du das an und dann geht es halt wirklich raus in die Welt. Dann wird von deinem Kunden, dem seine Kunden befragt, passt das so? Genau. Und dann clusterst du es, würde ich mal so sagen, anhand von speziellen Kriterien oder spezifischen Kriterien, clusterst du die Aussagen und dann legst du die einmal vor und sagst, guck mal. Genau. Also ich, oft ist das so, wenn das jetzt, das ist ja für einen Mittelständler oft auch neu, dann mache ich mit, hänge ich mich mit ans Telefon. Dann sage ich, hallo Kevin, hier Klaus vom Team ABC. Ja, ich habe einen kleinen Überfall auf dich heute vor. Wir sind dabei, unsere Marketingkommunikation, eine Kommunikation zum Kunden zu verbessern. Wir brauchen deine Hilfe als wertvoller Kunde heute. Ich brauche von dir 120 Sekunden deiner Zeit. Ich werde dir heute drei Fragen stellen, die sich auf unsere Positionierung, auf unsere Botschaften ziehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir dabei hilfst. Sagt keiner Nein oder in den meisten Fällen. Oder du musst einen Termin vereinbaren, weil er die Zeit hat. Und dann validieren. Du kannst auch so eine Excel-Datei machen. Also wenn du fünf Botschaften hast, frag 60, 80 Leute ab. Dann siehst du hinterher schon, was weiß ich, Null ist gar nichts. Fünf ist gut und dann hast du so eine 4,6, eine 4,5. Dann weißt du schon, der nächste kommt mit einer 3,1 um die Ecke. Dann weißt du, das ist signifikant unterschiedlich. Und dann kannst du mit der loslegen. Und das Wichtigste ist dann, auch wenn diese Botschaft dann steht, in die Webseite, in die Landingpage, in die Profile rein und dann im Gespräch mit dem Kunden genau zuhören, was resoniert und was nicht. Alle zwei, drei Monate nochmal überarbeiten. Das ist dann wie so, wie Feintunen. Wie du vorhin bei dem Podcast gesagt hast, komm, wir tunen nochmal ein bisschen an dem Sound. Dann wird das Ganze feingetunt. Genau. Du machst erstmal so das Grobe, sodass das Setup steht. Und dann kommt, jetzt mal so auf Podcast übertragen, ich mache so ein bisschen die Eingangsverstärkung, gehe ich dann doch wieder zurück. Equalizer tue ich ein bisschen nach oben. Hochpassfilter, ein bisschen nach unten und so weiter und so weiter. Das Ganze wird dann quasi einmal optimiert. Absolut. Dann nimm dir ein Beispiel. Was weiß ich, wenn es darum geht, einen Podcast aufzubauen, brauchst du eine bestimmte Technik. Jetzt sind die Leute alle Podcast-Parfine. Und jetzt geht es darum, den Soundsetter zu machen, vielleicht in der zweiten Generation. Ein Headset zu haben, was nicht so drückt. Dass das Mikrofon nah genug dran ist, dass ich nicht zu weit weg bin. Das ist dann die zweite Ebene. Dann verändert sich das vielleicht hin zum Videopodcast. Weiß ich ja nicht. Zu anderen Dingen. Und das verändert sich. Und Kunden, die heute nach Positionierung gesucht haben, suchen heute nach vielleicht Positionierung, die zu einem Content passt. Content, der zu der Positionierung passt, zu der Zielgruppe. Und es wird sich immer weiterentwickeln. Das heißt, es ist ein Prozess, der steht nie still. Das ist aber auch das, was viele, glaube ich, nicht verstehen. Die sagen, wenn ich einmal das habe, das ist wie bei dem Podcast-Setup, was du angesprochen hast. Wenn ich das einmal habe, dann ist es fertig. Dann hält das drei, vier Jahre. Ich meine, ich habe meinen Podcast jetzt seit November 2020. Also ich habe meinen Laptop dahingehend zweimal verändert. Ich habe mein Mikrofon zweimal verändert. Ich habe mein komplettes Setup eigentlich zweimal verändert. Das ist was, was nie stillsteht, weil sich aber auch die Welt ja weiter dreht. Also ich verändere jetzt bald auch schon wieder mein Mikrofon. Einfach auch nochmal für den klareren Sound, um mich auch mal wieder weiterzuentwickeln, um mich auch weiterzubilden. Und das ist das, was ja auch viele nicht so verstehen. Die bleiben bei ihrer Positionierung oder bei dem, was sie tun, hängen. Und das war es dann. Die kommen gar nicht auf den Gedanken, das dann zu optimieren oder dann auch nochmal entsprechend anzupassen. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Wort selber Positionierung so ein bisschen, ich sage mal, wie so eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, viel auch mit Facebook-Ads und Instagram-Ads, auch von großen Mindset- und Vertriebstrainern. Und du musst dich positionieren und du musst dich positionieren. Und ich versuche es ja auch weitestgehend zu vermeiden. Ich meine, wahrscheinlich, wenn man heute den Textzusammenfassung, das Podcast sieht, haben wir bestimmt hundertmal das Wort Positionierung erwähnt. Fakt ist, dass es wenige Worte gibt, die die Sache oder den Prozess so einfach auf die Punkte bringen, wie eben dieses Wort. Und dahinter steckt natürlich, haben das heute ja, glaube ich, ganz gut so angerissen oder auch im Detail besprochen, wie aufwendig der Prozess ist. Und deswegen sage ich auch immer, willst du austauschbar bleiben? Mach so weiter. Willst du dich positionieren? Hau einen Schlag rein. Ist es anstrengend? Aber wenn du einmal diese Herausforderung gemeistert hast, dann wirst du die Chancen nutzen, die sich daraus ergeben. Das ist eigentlich, also wenn man es genau nimmt, das perfekte Schlusswort an der Stelle gewesen. Aber ich habe da am Ende natürlich immer noch eine spontane Abschlussfrage, die ich dir dann auch sehr gerne stellen würde. Jetzt machst du das ja schon seit, hast ja gesagt, seit 30 Jahren. Stefan, was hat sich denn aus deiner Sicht in drei Punkten mal zusammengefasst, in den 30 Jahren bei Positionierung und daraus entsprechendem Content geändert? Die Geschwindigkeit, also erstens die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, in der sich die Anforderungen, Wünsche, Herausforderungen verändern. Dann die Geschwindigkeit, in der sich die Kommunikation zum Kunden technisch verändert hat. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage mal, die Methode hat sich verändert. Man hat früher im stillen Kämmerlein positioniert, ein Buch genommen, hat noch einen Copywriter oder einen Experten hinzugezogen und das Einbinden der Zielgruppe und sich wirklich auf den Hosenboden zu setzen und es durchzutelefonieren und in der Zielgruppe zu validieren. Das ist neu. Das ist auch, den Ansatz hatte ich auch nicht. Gleich zu Beginn, das hat sich im Laufe, sage ich mal, in der letzten 10, 15 Jahre so ergeben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was jetzt als, sage ich mal, als vierter Punkt kommt, das, was ich sehe, ist, naja, der Content muss wirklich zur zweiten Ebene passen, damit es im Kopf der Zielgruppe auch tatsächlich Klick macht. Du dich ins Gespräch bringst, die Anfragen bekommst und der Kunde sagt, jo, mit dem wollen wir ins Gespräch gehen. Ich will dazu noch eine Sache ergänzen, weil wir ja auch jetzt gerade im Podcast so ein bisschen auch die KI angerissen haben, JGPT, Neuroflash, etc. Es ist kein, ich übernehme dann den Text-Tool, sondern es ist ein Inspirationstool. Ja, also ich schreibe eine Prompt, also eine Aufforderung an das System, eine gewisse Haltung, eine gewisse Position einzunehmen, eine gewisse Stelle einzunehmen und dann entsprechend der Frage, die ich stelle, eine Antwort rauszugeben. Und das verfeinere ich ja dann, weil ich chatte ja mit dem System, ne? Wir erinnern uns nochmal, Chat, JGPT. Und dann nehme ich die Antwort von dem Tool als Inspiration und schreibe sie nochmal in meinen Worten um, damit das auch meine Sprache ist. Weil ich glaube, dass auch ganz viel in LinkedIn, in Facebook, in Insta, you name it, mittlerweile ganz viel Chat-JPT-Content irgendwo schwört. Jeder schreibt das Gleiche und mittlerweile kriegen wir es schon raus, weil halt der Satzbau der gleiche ist, weil die Wörter die gleichen sind, etc., etc. Und das ist auch das, was du gesagt hast. Man ist dann austauschbar. Ja, und austauschbar im Wettbewerb ist denkbar ungünstig. Das bedeutet, du kriegst Marschendruck, du kriegst Preisdruck, du kriegst den Kunden gar nicht. Und das ist etwas, der Sache kannst du nur bewegen. Also ich sehe das ja auch, sie wird kommentiert mit Plugins in LinkedIn oder auf anderen Social-Media-Plattformen. Und das ist alles wie weichgespülte Suppe. Das ist so wie Weihspüler. Einmal Lenore-Weihspüler mit Himbeerdufter durchgenudelt und das ist dann alles gleich. Und das wird auch, was ich so traurig finde, von Social-Selling-Trainern gesagt, okay, das ist dieses neue Tool, das müsst ihr alle unbedingt nutzen, dann könnt ihr am Tag 50, 60 mal kommentieren. Was sehe ich kommen, dass am Ende KI mit KI spricht, KI mit KI kommentiert? Nicht ganz, aber die, die sich nicht die Arbeit machen wollen, werden das nutzen, glauben, haben Vorsprung und sind hinterher vergleichbarer als vorher. Und dann sage ich, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wird es teuer, weil jetzt musst du es richtig nochmal von vorne machen. Dann lieber authentisch und richtig und mit ganz viel Freude da reingehen, weil das ist ein Prozess, der macht einfach ganz viel Spaß. Jetzt, weil du gerade noch Suppe gesagt hast, ne? Also, wenn man jetzt mal so, keine Ahnung, eine Discount-Suppe nimmt aus der Dose und nimmt einmal, keine Ahnung, was weiß ich, Knorr, Erasko, Maggi, scheißegal. Leute, die schmecken doch alle gleich. Also, dann mache ich es doch lieber selber. Ja, es dauert mehr Zeit, eine gescheite Hühnersuppe zu machen, allein das Huhn zu kochen, dann noch den Fond aufzusetzen, dann noch die Nudeln und das Gemüse zu schnippeln, dann noch rein, dann noch das ganze Huhn einmal auseinanderzunehmen, dann noch reinzuschmeißen. Ja, es dauert. Und ja, ich verbrenne mir auch jedes Mal die Finger, wenn ich dann das Huhn da auseinandernehme. Aber am Ende schmeckt doch die Suppe ganz anders. Genau. Und da bringst du es dann auf den Punkt. Wir wollen dicke Bohnensuppe. Wir wollen eine Suppe, die dem Kunden schmeckt, weil das ist wie, ne? Der Köder muss dem Fisch schmecken. Mein Bruder ist gerade in Norwegen auf den Lofoten-Angeln, gutes Beispiel. Die probieren gerade alles Mögliche aus und sagen, okay, irgendwann kriegen wir es dann, wissen wir, dann beißen die Heilbutter. Und das ist bei deinem Kunden ganz genauso. Ist aufwendig, ja. Also lieber Zuhörer, wenn du glaubst, du kriegst das in zwei, drei Stunden hin, dann muss ich sagen, tut mir leid, das wird so nicht funktionieren. Nur, wenn du es richtig machen willst, dann vielleicht sollte man darüber mal sprechen, weil langfristig ist es der einfachere Weg, weil du da langfristig die Ebene oder den Weg zu mehr Anfragen und Kunden ebnest. Und dann mach lieber einmal die Arbeit, geh einmal den Berg hoch und wenn du oben bist, dann genieß die Aussicht. Klaus, vielen lieben Dank, dass du mit mir heute über den Moment, wenn es klick macht, gesprochen hast. Danke, danke, danke. Es war mir ein Vergnügen, lieber Kevin. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und noch eine mega erfolgreiche Woche. Wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ich glaube, sie wird sehr erfolgreich, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Ich hoffe es zumindest. Ganz, ganz herzlichen Dank, Kevin. An meine Hörerinnen und Hörer, wie sieht es denn bei euch aus? Hat nach dem Hören des Podcasts bei euch irgendetwas Klick gemacht? Schreibt es mir doch mal gern in die Kommentare auf linkedin-oder-podcast.de oder schreibt mir eine Mail unter kevin-at-kevin-allein-im-marketing.de Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lasst mir gern ein Like oder ein Kommentar auf linkedin-oder-podcast.de da oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gern eine Mail unter kevin-at-kevin-allein-im-marketing.de Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.